Hallo und herzlich willkommen zu PowerPoint 2010, die Referentenansicht. Bevor wir in die Referentenansicht umschalten können, schauen wir uns erstmal an, wie viele Bildschirme hier zur Verfügung stehen. Mit Windows-Taste und P sieht man, hier sind also zwei vorhanden und man hat hier die Möglichkeit zu sagen, einmal wird das Bild gedoppelt. Das heißt, hier, wenn ich gedoppelt auswähle, habe ich das gleiche Bild wie bei mir auf dem Bildschirm. Und wenn ich hier Windows-Taste P drücke und sage Erweitern, verbreitet sich dieses Bild praktisch. Ich kann also hier dieses PowerPoint-Fenster rüberschieben in das andere Fenster. Ich bin jetzt hier auf dem Beamer und bei mir auf dem Desktop sehe ich eben nichts mehr. Jetzt hole ich dieses Bild wieder zurück und vergrößere das entsprechend. Also es dehnt sich dann nur auf meine Bildschirmgröße aus, während das Beamer-Bild, während da nichts überstehen wird. So, wenn beide Bildschirme zur Verfügung stehen, dann kann ich unter Bildschirmpräsentation die Referentenansicht aktivieren. Und wenn ich jetzt die Präsentation starte mit F5, dann komme ich in die Referentenansicht. Das ist so aufgebaut. Hier habe ich die aktuelle Folie, die gerade angezeigt wird, drüben auf dem Beamer. Ich habe hier einen Notizbereich, falls ich mir zu einer Folie Notizen gemacht habe. Und hier unten sehe ich die einzelnen Folien, die doch folgen werden. Vorne die Folien, die zwei habe ich ausgeblendet, die werden jetzt nicht angezeigt. Darum beginnt die Präsentation hier mit Folie 3. Hier wird auch nochmal angezeigt, auf welcher Folie man sich gerade befindet. Das ist die Redezeit, die ich schon verbraucht habe. Und hier hat man die aktuelle Uhrzeit. Hier gibt es noch die Möglichkeit, die Notizen etwas aufzuzoomen. Es ist ja am Anfang etwas kleiner. Und hier mit den Schaltflächen, links und rechts, kann ich mich entsprechend durch die Präsentation navigieren. Und ich sehe dann auch gleich am Beamer das große Bild. Das ist das hier, was hier man im Kleinen sieht. Es gibt noch eine Funktion, hier bei dem Stift. Wenn man hier drauf geht, dann kann ich hier auch entsprechenden Stift auswählen. Und ich kann hier dann entsprechende Notizen machen, Markierungen. Ich habe auch einen richtigen Markierer, Textmarker. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich hier markieren, so wie wenn ich das richtig auf dem Papier hätte. Und ich kann sogar hergehen mit dem Radierer und kann diese Markierungen wieder entfernen. Wenn ich die Präsentation beenden will, habe ich dann Markierungen drin, dann kann ich hier mit Escape hier rausgehen. Und ich werde dann gefragt, ob ich diese Markierungen, die ich gesetzt habe, beibehalten möchte. Hier muss ich mit der Maus ins andere Fenster rüber und sage dann Verwerfen. Und die Präsentation ist dann damit beendet.